Musik Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Wieder mal ein frisches Update von uns hier, von unserer Insel Madeira. Falls ihr neu seid, willkommen auf unserem Kanal. Ein bisschen aus der Puste, weil ich musste mithelfen, den Stahlträger für unser Dach etwas anzuheben. Heute beginnen wir mit der Stahlkonstruktion. Das wird wohl ein paar Tage gehen und danach beginnen die Weihnachtsferien. Wir haben für die Arbeiter auch ein kleines Geschenk vorbereitet. Wir machen in vier Tagen, am Freitag, eine kleine Weihnachtsparty. Und jetzt werden diese Sachen zusammengeschweißt. Dann gucken wir uns auch mal rein. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon. Jetzt sind wir zwei Stunden. Das ist die Leute, die Leute auf mich sagen. Das ist die Menschen, die Leute auf die Seite tun. Der hat mich schon so ein bisschen gesagt. Ich habe es nicht so viele Leute gesehen. Ich habe es schon mal eine gute Zeit. Ich habe es schon gesagt, dass es so viele Leute hier sitzen. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich habe es in die Lage. Ja, jetzt wird er befestigt. Da kommen natürlich noch Querstreben, so dass sich das Ganze dann selber tragen wird, aber im Moment muss der Träger halt noch gestützt werden. Dann wird er, ich denke mal, angeschweißt. Ich habe keine Ahnung, wir werden es erleben, hier live auf dem Kanal. Ja, und in der Zwischenzeit bekommen wir unten an der Straße neues Material. Gucken, ob ich euch das zeigen kann, weil hier geht es im Moment drunter und drüber, ein klein wenig. Ja, da kommt neues Material an, Schotter und Sand für Betonierungsarbeiten. Ja, also ich habe das wirklich unterschätzt, wie viel Material wir für dieses Projekt hier brauchen. Ja, aber so läuft es halt. Und wie ich heute über Facebook erfahren habe, ist dieses Haus da drüben auch verkauft. An einen Schweden und an eine Amerikanerin. Die haben wir hier auch schon kennengelernt. Nette Leute. So, wenn ihr dieses Video gesehen habt, Grüße von uns und ja, wir warten für euch. Ja, jetzt wird das Material unten vor das Haus gebracht. Ja, hoi, hoi, hoi. Es passiert viel, es passiert viel, aber okay. Ja, alles organisiert, alles organisiert und so langsam geht es hier wirklich in die heiße Phase. Das heißt, jeden Tag an der Baustelle, jeden Tag an der Baustelle müssen wir uns organisieren. Übrigens haben wir seit zwei, drei Wochen eine neue Katze, die uns zugelaufen ist. Ja, die werde ich euch auch noch zeigen, vielleicht in diesem Video noch. Ja, wir konnten nicht anders. Sie kam bei uns an unserem Balkon vorbei und sie hat sich auch sofort wohl gefühlt. Tja, da waren wir noch mit ihr heute beim Tierarzt. Ja, sie hatte da ein paar Besucher und alles. Aber in ein paar Tagen wird sie wieder sehr, sehr gut gehen. Und ja, da gibt es Katzenvideos auf unserem Kanal. Ja, schauen wir mal, wie das mit dem Dach hier weitergeht. Ich habe gerade gehört, er hat die ersten Punkte angeschweißt. Ja, Angelo macht seine Arbeit echt super, er wird auch die Kachlarbeiten machen. Ja, da oben liegt er drauf. Wie ist die Tür? Ist eu? Ist das Ding nicht wieder? Ja, ich bin der Teufel. Ist das Ding nicht mehr? Das Ding ist das Ding. Ja, ich bin der Teufel. Ach was, der Teufel ist, der Teufel? Ja jetzt. Das Ding ist, das Ding ist schon mal, ich bin der Teufel. Ja, jetzt geht es ans Grobe. Ja, ist das schön mit anzusehen, wie das Dach langsam entsteht. Ja, und da werden wir uns am nächsten Freitag dann auch bei den Arbeitern schön bedanken. Mit Kugelschreibern und einem Notizblock und so, nein, ist natürlich ein Scherz. Ja, und hier fehlt jetzt noch jede Menge Material. Ja, das habe ich, wir waren gestern wieder mit dem Architekten zusammen, das habe ich mit ihm besprochen. Also meine Schätzung ist hier, wir brauchen 40, 50 Kubikmeter. Ja, wie ich euch sagte, ab dem zweiten Avocado-Baum da hinten noch 5 Meter weiter. Ja, da fehlt so viel Material. Aber ja, das kommt alles im nächsten Video dann, denke ich mal. Ja, und hier unten ist der Aufgang, der ist auch schon zur Terrasse ziemlich gut fertig. Die Terrasse zeige ich euch gleich. Und hier sind dann die Metallplatten für den antiseptischen Tank. Ja, sehr schön, sehr schön, wie sich das entwickelt. Ja, so geht es voran hier. Und wie ich bereits schon mal sagte, liebe Leute, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, lasst Likes da, lasst Kommentare da und bitte abonniert unseren Kanal. Erstens, weil uns das hier eine Menge Freude bereitet, diese ganze Sache zu dokumentieren. Aber wir wollen die Einkünfte dieses Kanals für eine wohltätige Sache ausgeben, und zwar für die ganzen Tiere, die hier auf Madeira leben. Wir wollen Tierärzte unterstützen, Tierheime unterstützen, sodass wir eine Kontrolle darüber bekommen, hier auf unserer Insel, wie das mit den wild lebenden Tieren so ist. Und ja, das nimmt nicht Ausmaße an, aber ist seit Jahren schon eine Herzensangelegenheit hier für diese Insel. Es werden jede Menge Tiere ausgesetzt und ja, die vermehren sich natürlich und so. Und ja, dafür sind wir gerne bereit, unser Geld, was wir mit diesem Kanal hier einnehmen, zu opfern, um den Tieren hier auf der Insel ein bisschen zu helfen und ja, das ist uns eine Herzensangelegenheit. Deswegen bitte, liebe Leute, abonniert unseren Kanal, das wäre uns sehr, sehr lieb. Und ja, ihr werdet im Laufe der nächsten Jahre noch hunderte, hunderte, hunderte von Videos von uns hier sehen, von unserer schönen Insel und von unserem Haus hier. Und ja, das ist es soweit von uns hier, von unserem Projekt und bis später. und bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020